Entspannungsübungen für Ihren Beckenboden. Um Ihren Beckenboden zu entspannen, üben Sie zwei bis dreimal täglich. Tiefe Bauchatmung. Lassen Sie Ihren Atem bis tief in Ihren Unterbauch fliessen. Beim Einatmen spüren Sie, wie sich Ihre Bauchdecke hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Dies geschieht ganz von alleine. Machen Sie fünf bis zehn bewusste Atemzüge. Beckenrohr. Liegen Sie mit angestellten Beinen auf dem Rücken. Stellen Sie sich unter Ihrem Becken ein grosses Ziffernblatt vor. Auf Höhe des Bauchnabels liegt die Nummer 12. Auf Höhe des Steißbeins liegt die Nummer 6. Nun bewegen Sie Ihr Becken zwischen 12 und 6 Uhr in lockeren, kleinen Bewegungen für ca. 1 bis 3 Minuten. Wichtig! Nur das Beckenbewegen. Das Gesäß wird dabei nicht angehoben und die Beine bleiben möglichst ruhig stehen. Regulation der Beckenspannung. Ihre Beine sind ausgestreckt und leicht geöffnet. Drehen Sie Ihre Beine locker nach innen und nach außen, sodass Sie die Drehbewegung in Ihren Hüften spüren. Üben Sie für ca. 1 bis 3 Minuten. Beine locker nach innen und nach außen, sodass Sie die Drehbewegung in Ihren Hüften spüren.